Der Leopard 2 ist ein Kampfpanzer des Heeres aus deutscher Produktion, der 1979 in Dienst gestellt wurde. Er wird ständig neuen Anforderungen angepasst. Die aktuellste Variante des Leopard 2 heißt A7V, wobei das V für verbessert steht. Insgesamt hat sich der Leopard 2 als einer der fortschrittlichsten und zuverlässigsten Panzer der Welt erwiesen und bleibt eine wichtige Waffe in den Armeen vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilisierung. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanone und der Turm sind stabilisiert. So bleibt die Waffenanlage unter allen äußeren Bedingungen auf das Ziel gerichtet. Damit ist die Trefferwahrscheinlichkeit beim ersten Schuss verbessert. Zweitens separate Stromversorgung. Der Leopard 2 A7V verfügt über ein externes Stromerzeugungsaggregat mit mehreren Betriebsstufen. Damit wird der Panzer beispielsweise auch ohne laufenden Motor vollständig elektrisch versorgt, ohne die Batterien zu belasten. So bleibt der Panzer länger gefechtsbereit. Drittens Klimatisierung. Die neue Version des Panzers ist klimatisiert. Nicht ganz so wie wir es aus einem normalen PKW kennen. Aber es macht den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten etwas erträglicher. Die Hauptwaffe ist eine 120 mm Glattrohrkanone, die speziell für den Einsatz im Leopard 2 entwickelt wurde. Mit einer Feuerleit- und Zielanlage. Die Kanone besitzt einen Schwenkbereich von 360 Grad und einen Höhenrichtbereich von minus 9 Grad bis plus 20 Grad. Neben der Hauptwaffe hat der Kampfpanzer zwei Maschinengewehre und eine Mehrfachwurfanlage, um Nebelwurfkörper und Spreng- oder nicht-tödliche Munition zu verschießen. Die modernste Version des Leopard 2 A7V nutzt zwei verschiedene Munitionsarten. Die erste Munitionsart ist das KE-Geschoss gegen Panzer. KE steht für kinetische Energie. Es handelt sich um ein Wuchtgeschoss. Dabei hängt die Wirkung des Geschosses nur von der kinetischen Energie ab, also von der Wechselwirkung von Masse, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Es lässt sich in etwa mit einer Kanonenkugel auf See vergleichen, die andere Schiffe versenkt, indem sie sie einfach durchschlägt. Beim KE-Geschoss auf Panzer ist die Wirkung verheerend. Wird ein feindlicher Panzer getroffen, wirkt die gesamte Energie des Geschosses erst mal auf eine winzige Stelle. Da das Material des Geschosses härter als das des Panzers ist, kann es die Panzerwand durchdringen. Die Splitter breiten sich explosionsartig im Inneren aus. Die zweite Munitionsart ist das H-Explosive-Geschoss HE. Es handelt sich um ein Sprenggeschoss. Es wird vor allem gegen leicht befestigte Stellungen oder gegen leicht und mittelgepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Bei dieser zweiten Munitionsart verbirgt sich im Gefechtskopf eine Sprengladung, die mit einer Kombination aus Kontakt und Zeitzünde auslöst. So kann der Detonationspunkt wie folgt genau festgelegt werden. Im Ziel. Der Kontakt löst die Sprengung aus. Nach dem Durchdringen einer Befestigung. Die Sprengung löst nach dem Kontakt nach einer vordefinierten Dauer aus. Und über dem Ziel. Die Sprengung löst ohne Kontakt über dem Ziel zeitgesteuert aus. Heute wie damals blieb die Anzahl von vier Besatzungsmitgliedern unverändert. Der Kommandant. Er ist für den Panzer und die Besatzung verantwortlich. Er gibt unter anderem Anweisungen an den Fahrer, führt den Funkverkehr und wählt die zu verwendende Munitionsart. Der Richtschütze. Er hat einen 360-Grad-Rundumblick und führt den Feuerkampf nach Anweisung des Kommandanten. In einer Duellsituation bekämpft er den Feind ohne vorherige Absprache. Da zählt jede Sekunde. Der Ladeschütze. Er lädt die Bordkanone mit den 120 mm Patronen nach. Und der Fahrer. Auf der Straße fährt der Fahrer über Luke. Im Gelände und unter Gefechtsbedingungen ist die Luke geschlossen. Dann helfen ihm Winkelspiegel bei der Orientierung. Der Leopard 1 war zwischen 1965 und 2003 in den Versionen A1 bis A5 in der Bundeswehr im Einsatz. Seine 105 mm Kanone ist 15 mm kleiner als die seines Nachfolgers. Er ist grob ein Drittel leichter als der Leopard 2. Mit 830 PS gegenüber 1500 PS hat der Leopard 1 zwar viel weniger Motorleistung, ist aber mit 65 Stundenkilometer fast so schnell wie sein großer Bruder. Mit entsprechender Zusatzausrüstung können beide Leopards Gewässer bis zu vier Meter Tiefe durchqueren. Einmaler. 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 Untertitelung des ZDF, 2020